Hallo und herzlich willkommen, schöne Seele. Ich grüße dich zu diesem Video und freue mich, mit dir ein paar Gedanken jetzt teilen zu können bezüglich damit in Ordnung zu sein oder okay zu sein, auf dem Weg zu sein. Diese Worte haben mich sehr inspiriert, mir noch einmal darüber Gedanken zu machen, was eigentlich so mit unserem ewiglichen Drang, alle Themen abgearbeitet zu haben, erleuchtet zu sein, spirituell irgendwas zu sein, also irgendwie scheint es mir, als wären wir oftmals nicht damit okay, auf dem Weg zu sein. Und auch wenn ich aus der geistigen Welt immer wieder gehört habe, der Weg ist das Ziel oder dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße, also so viele Zeichen aus der geistigen Ebene, die uns immer wieder daran erinnern, dass wir eigentlich eben auf dem Weg sind und dass das okay ist. Und trotzdem gibt es in so vielen von uns, gerade diesbezüglich, immer einen riesigen Widerstand gegen dieses Thema. Und deswegen lade ich dich ein, heute mit mir gemeinsam ein paar Atemzüge zu tun und nach diesen Atemzügen noch einmal hineinzufühlen, wie es denn so wäre, wenn du damit wirklich okay wärst, auf dem Weg zu sein. Also das Ziel, perfekt zu sein, mit allen Themen durch zu sein, erleuchtet zu sein, wenn du das mal weglassen könntest und dich vielleicht nochmal besinnen könntest, dass Evolution, also Wachstum und Entwicklung, Fortschritt unsere pure Natur ist. Bewusstsein entwickelt sich immer, ist aber gleichzeitig auch. Und so wie du bist, das, was du wirklich bist, das, was hinter all dem steckt, was du glaubst zu sein, dieses Etwas in dir, das wahrnimmt, das du denkst, das wahrnimmt, das du fühlst, das wahrnimmt, das du handelst. Das, hinter all dem, dieses ist ein Bewusstsein, oder ist dein Bewusstsein, ist das Bewusstsein, das verbunden ist mit allem, was ist. Und dieses Bewusstsein entwickelt sich auch ständig. Also da kommen viele Inputs und daraus wächst etwas Neues, daraus entwickeln wir uns. Und wenn wir lernen könnten, mit dem Hier und Jetzt, also mit dem Auf-dem-Weg-Sein, okay zu sein, dann hätten wir einen Drang, einen ständigen Drang, glaube ich, wirklich weniger im Leben. Deswegen bitte ich also, dich jetzt, oder lade dich dazu ein, mit mir gemeinsam ein paar Atemzüge zu tun. Und einfach dieses, ich bin okay damit, auf dem Weg zu sein, unterwegs zu sein, in Entwicklung zu sein, lebend zu sein, mal so wirken zu lassen. Ich schließe dazu gerne meine Augen, das hilft mir manchmal, mich ein bisschen konzentrieren zu können, oder ganz bewusst darauf einlassen zu können, also lade ich dich dazu ein. Vielleicht magst du eine Hand auf deinen Bauch legen, die andere auf dein Herz, so wie es dir wohl ist. Und atme tief ein. Und wieder aus. Und gleich noch einmal. Und wenn du nun durch deinen Verstand ziehen lässt, ich bin okay damit, auf dem Weg zu sein. Was spürst du? Und wo spürst du es? Ich persönlich empfinde dann immer eine gewisse Entlastung. Es kehrt Ruhe ein. Es kehrt Frieden ein. Plötzlich sind die Dinge meines Verstandes, was ich alles will und sollte und müsste und überhaupt, haben dann plötzlich sehr viel weniger Wichtigkeit. Weil ich einfach okay damit bin, auf dem Weg dahin zu sein. Und vielleicht gerade Bergsteiger wissen das auch, den Weg bis hin zur Spitze, der hat so viele tolle Dinge, die er mit sich bringt. Die Aussicht, die immer besser wird, die körperliche Aktivität, das Herz, das schlägt, einfach die verschiedenen Blumen und Möglichkeiten an Gestirne und Gesteine, die man da sieht. Der Weg bis hin auf die Spitze ist unbeschreiblich schön. Aber der Moment auf der Spitze oben ist ein kurzer Moment im Vergleich zum Auf- und Abstieg. Und wenn das nicht genossen wird, wieso sollte man da hin? Also wir rasen ja auch nicht einfach die Berge hinauf, nur um dann ein paar Minuten oben auf dem Gipfel zu sein und rasen wieder runter, ohne diesen Weg zu genießen. Also alle Wanderer und Bergsteiger und Menschen, die einfach gerne in den Bergen unterwegs sind, die wissen, wovon ich spreche. Der Weg ist so etwas Erfreuliches, so schön, so hinreißend. Und ich hoffe sehr, dass dein Lebensweg ab jetzt immer mehr zu diesem wunderbaren Weg wird, den du ja sowieso gehst. Also bitte, genieße ihn doch auch einfach. Und unterdessen, glaub nicht alles, was du hörst, glaub nicht alles, was du siehst und glaub nicht alles, was du denkst. Komm immer wieder bei dir an, da kannst du gut prüfen in diesem jetzigen Augenblick, was wichtig ist und was nicht. Ich will nicht sagen, was falsch und was richtig ist, sondern nur was wichtig ist für dich hier und jetzt und was nicht. So, und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Mein Name ist Adriana Meyser, ich arbeite als Coach, Channel Medium und Speaker und freue mich, wenn ich dich inspirieren kann. Die Welt, die Dinge, dich und alles, was so ist, mit ein bisschen mehr Liebe und Freude und hoffentlich auch Genuss zu erleben und zu begutachten. Mach's gut, aufeinander mal wieder. Mach's gut, Im roast. Mach's gut, mach's gut. Mach's gut.